Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Brief für die Prüfung Deutsch Test für Zuwanderer. Heute haben wir einen neuen Brief den wir zusammenschreiben. Wir schauen uns die Aufgabe an und dann schreiben wir den Brief zusammen. Ihre Nachbarn sind vor einer Woche umgezogen und feiern eine Party in der neuen Wohnung. Sie haben eine Einladung bekommen. Antworten Sie auf die Einladung. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Geschenk für die Nachbarn. Wer kommt noch? Und bitte um Weg beschreiben. Jetzt können wir zusammen den Brief schreiben. Wir fangen den Brief mit dem Ort und dem Datum an. München, den 7.01.2021. Und als Anrede können wir sagen, liebe Nachbarn. Dann können wir uns mit dem ersten Punkt beschäftigen. Grund für Ihr Schreiben. Warum schreiben Sie? Da können wir schreiben. Ich habe mich sehr über Eure Einladung gefreut. Vielen Dank dafür. Ich komme gerne zu Eurer Einweihungsfeier und freue mich sehr über Eurer Einweihungsfeier und freue mich sehr über Eurer Einweihungsfeier. Ich habe mich sehr über Eure Einladung gefreut. Vielen Dank dafür. Ich komme gerne zu Eurer Einweihungsfeier und freue mich sehr über Eurer Einweihungsfeier und freue mich sehr über Eurer Einweihungsfeier. Dann haben wir unseren zweiten Punkt. Geschenk für die Nachbarn. Da können wir schreiben. Ich möchte Euch gern etwas schenken. Was für ein Geschenk wünscht Ihr Euch für die neue Wohnung? Wie wäre es mit einem schönen Bild für das Wohnzimmer? Ich möchte Euch etwas schenken. Was für ein Geschenk wünscht Ihr Euch für die neue Wohnung? Wie wäre es mit einem schönen Bild für das Wohnzimmer? Dann haben wir den dritten Punkt. Wer kommt noch? Da können wir schreiben. Da können wir fragen. Wen von unseren Nachbarn habt Ihr noch eingeladen? Kommt Familie Müller auch zur Feier? Dann können wir zusammen zu Euch kommen. Wen von unseren Nachbarn habt Ihr noch eingeladen? Kommt Familie Müller auch zur Feier? Dann können wir zusammen zu Euch kommen. Dann gehen wir zu unserem vierten Punkt. Da können wir etwas zu der Wegbeschreibung schreiben. Da können wir fragen. Da können wir schreiben. Wir wissen nicht genau, wo Ihr wohnt. Könnt Ihr uns genau beschreiben. Wir wissen nicht genau, wo Ihr wohnt. Könnt Ihr uns genau beschreiben, wie wir zu Euch kommen können. Dann schließen wir unseren Brief ab. Herzliche Grüße, viele Grüße, liebe Grüße und wir schreiben unseren Vornamen. Also der Brief ist informell. Wichtig hier in diesem Brief sind die Pronomen. Euer, Ihr, Euch und so weiter. Die schreiben wir in Briefen groß. Auf der nächsten Folie haben wir einige Vokabeln und Phrasen, die wir in diesem Brief hatten. Zum Beispiel das Wort Einweihung. Die Einweihung. Die Einweihung. Die Einweihungsparty oder die Einweihungsfeier. Homewarming Party. Weihung. Die Einweihung. Die Einweihung. Die Einweihung. Die Einweihung. Die Einweihung. Ich schenke dir etwas. Es habe eine Antworten bekommen. Dann machen wir das Wort Wir haben auch das Verb ëinweihung. geschenken. Einweihung. Das Wort schenken … Ehweihung. Die Einweihung. Die Einweihung. Iooh Dazu gibt es zu Usman. Yooh dain Wie wäre es mit, wenn wir einen Vorschlag machen wollen, wie wäre es mit heute Abend, wie wäre es mit morgen, wie wäre es mit einer Uhr, zum Beispiel als Geschenk. Also wie wäre es mit, Englisch, what about und Arabisch, ma'ada, an, jemandem etwas beschreiben, to describe something to someone, das ist, schei, li, schachsima, und wie in unserem Brief, jemandem den Weg beschreiben, to tell someone the way, das ist, attariq, li, schachsima. Das war auch eine neue Schreibaufgabe in unserer Reihe Briefe für die Prüfung Deutsch Test für Zuwanderer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.